Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Volkgeld, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja und damit herzlich willkommen wieder zu unserer 5 Euro Überraschungsshow. Und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, denn jetzt heißt es wieder 30 Minuten lang gibt es ein Schnäppchen nach dem anderen. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir haben keine Ahnung was auf uns zukommt. Sie dürfen aber schnell sein, denn Ihnen was richtig gut gefällt, dürfen Sie alles bis zu 5 mal bestellen. Und nur eine weiß, was heute auf uns zukommt und das ist Diana. Und die holen wir wieder hinein, indem wir den Bassert rücken und dafür ist Anni da. Das ist Anni Bassert. So, dann lassen wir uns mal überraschen, wo heute die Reihe sehen wird. Ich bin mir ganz sicher, auch für Sie ist ein Schnäppchen dabei. Zum Beispiel ein... Oh, das ist das Richtige für mich. Es ist eine USB-Warmhalteplatte mit Isoliertasse. Das heißt, gerade jetzt sitzen viele von Ihnen vielleicht im Homeoffice und trinken mal einen Kaffee. Und wie es so geht, man ist konzentriert am Rechner. Und bis man wieder an den Kaffee denkt, ist er kalt. Das stimmt. Und hier hast du, schau mal, das ist einfach an den Computer anzuschließen. Das ist ein USB-Kabel. Und diese Platte hält den Kaffee warm. Isolierbecher mit Deckel ist auch noch mit dabei. Also das ist jetzt nicht nur für Kaffee, also auch für Teetanten wie Christoph wäre das genau das Richtige. Ja, vor allem Tee-Tante. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, Tee-Onkel wäre dann doch eher passend. Aber das kann natürlich für jedes Heißgetränk sein, was Sie jetzt hier einfach mal langfristig warm halten möchten. Und ich glaube, das kennt jeder. Kaffee gehört einfach schön warm getrunken. Außer das ist mal der Eiskaffee im Sommer vielleicht. Aber auch einen Tee, den finde ich einfach viel gemütlicher, wenn ich den warm trinken kann. Und das können Sie hier, denn Sie haben gleichzeitig den Becher mit dabei und eben auch diese Wärmeplatte. Und das wird einfach nur an den USB-Anschluss angeschlossen oder an einem Netzteil, wie Sie das gerne haben möchten, für 5 Euro wieder ein Spitzenprodukt. Also auch mal für eine heiße Schokolade. Also es ist wirklich ganz süß gemacht. Einfach an einen USB-Anschluss. Und es ist eine tolle Verarbeitung, richtig hochwertig aus Edelstahl. Sieht auch schick aus. Und es nimmt nicht viel Platz weg. Am Arbeitsplatz darfst du auch nicht so viel Platz wegnehmen. Auch mal für unterwegs, wenn man irgendwo unterwegs ist. Kleines Campingmobil, Powerbank dran, fertig. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jeder liebt warme Getränke jetzt bei diesen kalten, äh heißen, kalten Temperaturen. Ein heißes Getränk. Also 5 Euro. Das ist auch wieder so ein Produkt, was ich noch nicht kenne. Kanntet ihr das vorher? Ich kannte es, aber ich habe es noch nicht. Und ich habe es auch vergessen gehabt. Jetzt werde ich es mir holen. Und ich sage auch warum. Wenn wir morgens hier kommen, zum Arbeitsbeginn, dann hole ich mir erst mal einen Kaffee. Das stimmt. Den stelle ich neben meinen Laptop. Und dann fange ich an, mich vorzubereiten. Und dann ist es wirklich schon oft passiert, dass ich eben am Rechner sitze und vorbereite, vorbereite. Und dann denke ich, Mensch, ich habe ja noch Kaffee. Und dann ist er kalt. Und dann schmeckt er einfach nicht mehr. Aber kalter Kaffee macht hübsch, sagt mein Papa. Ja, nur der Kaffee Dampf, habe ich mir sagen lassen. Ja, vom kalten Kaffee. Aber so bleibt eben der Kaffee oder die anderen Heißgetränke. Bleiben warm. Schön ist auch noch der Deckel, dass man es abdecken kann, wenn man auch mal im Freien sitzt, damit man nicht irgendwelches Viechzeug in dem Getränk drin hat. Also ich finde das rundum stimmig. Und den Preis, also über den brauchen wir gar nicht reden. Fünf Euro. Günstiger wäre nur geschenkt, meiner Meinung nach. Und das ist wirklich Wahnsinn. Vielleicht auch ein nettes Geschenk an einen Bürokollegen. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Aber man kann das ja auch ohne diese Warmhalteplatte nutzen. Hat man auch mal einen schönen, hochwertigen Becher, der nicht kaputt geht. Denken Sie auch mal an die Kinder, die auch mal was fallen lassen. Ich meine, schauen Sie mal, was das Ganze sonst kostet. Das sehen Sie hier auf Pearl.de. Ja, bei Pearl.de knapp 12 Euro online. Hier nochmal gute 7 Euro gespart. Und eine normale Tasse, die kostet das schon meistens. Gute 10 Euro. Jetzt haben Sie aber gleichzeitig noch die Warmhalteplatte und natürlich auch gleichzeitig den Deckel mit dabei. Und das alles zum kleinen Preis von unglaublichen 5 Euro. Seien Sie bitte schnell, sichern Sie sich die Chance und Ralf hat die Bestellnummer noch. Ja, das ist die PE 6641 und die 569. Und wir machen weiter. 569 bitte am Ende nie vergessen, weil nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Schon wieder blau. So, Nummer 2. Also, ich Kaffee-Tante. Ich sage jetzt auch mal Tante zu mir. Ich bin auf meine Kosten gekommen. Das ist auch was Tolles. Oh, das ist genial. Was ist das? Das ist ein Staubsaugeraufsatz. Da steckst du auf den ganz normalen Staubsauger. Und dann kann man damit zum Beispiel schwer zugängliche Stellen absaugen, wie eine Küchenschublade, wo man eben nicht hinkommt. Oder zum Beispiel auch so im Auto, weil man da so ein Fach hat, wenn man zum Beispiel die Sachen mit einziehen würde. Hier wird wirklich nur der Staub aufgesaugt. Dafür sorgen diese Röhrchen. Oder mal so ein Bücherregal. Schauen Sie mal, hier sind ein paar schöne Anwendungsbeispiele. Also, das ist ganz toll gemacht. Das ist super praktisch gemacht. Also, im Auto finde ich das klasse. Ich würde es zum Beispiel auch für die Besteckschublade nehmen, weil wenn du das ganze Besteck immer ausräumen willst, das ist, glaube ich, ganz schön mühselig. Hier machen Sie das ganz einfach. Setzen Ihren universellen Staubsaugeraufsatz einmal auf Ihren handelsüblichen Staubsauger. Und dann gehen Sie einfach überall dort lang. Man schließt hier zum Beispiel auch, egal ob Tastatur, Heizkörperrippen, Jalousien, Schreibtischschubladen oder zwischen Ihren Autosätzen. Jetzt saugen Sie überall bequem und mühelos. Und vor allem, man saugt eben auch nicht mehr große Teile mit ein. Gerade wenn du jetzt so das Auto ansprichst, bestimmt hat jeder so ein Eurofach. Also, wenn du so einen Euro oder so einen Chip hast, wo du immer einkaufen gehst. Wenn du da den normalen Staubsauger an der Tankstelle nimmst und gehst da einmal lang, ist der Euro oder der Chip ganz schnell einmal weg. Hier kann das nicht mehr passieren. Das sieht man hier sehr schön. Es wird nur der Schmutz rausgesaugt und alle größeren Teile bleiben komplett mit drin. Genialer Preis, 5 Euro, super praktisch. Du, also das bei den Schrauben, das hat mich jetzt komplett begeistert. Weil jeder weiß, wenn sowas normalerweise mit dem Staubsauger rumliegt, dann hörst du ein lautes Knackgeräusch und dann weißt du, ist weg. Das kann hier nicht mehr passieren. Ich sehe das auch irgendwo bei Computertastaturen, wo du auch zwischen die Tasten praktisch kommst und das problemlos aussaugen kannst. Oder Heizung. Heizung, diese alten Heizung, wo man nicht richtig mit dem Staubsauger dazwischen kommt, wo sich immer der Staub absetzt. Da könnte ich mir das auch gut vorstellen. Vor allen Dingen, sie kommen ja auch schön um die Ecken. Man kommt überall mit hin. Ja, man kommt überall mit hin und das zum kleinen, kleinen Preis. Das ist übrigens immer ein sehr, sehr beliebtes Produkt hier bei uns in der 5 Euro Überraschungsshow. Und da wir ja immer nur ein begrenztes Kontingent haben, heißt es schnell sein, wenn Sie das jetzt auch für 5 Euro haben möchten. Mit der Bestellnummer NX 7866 und der 569. NX 7866 und der 569. Ja, einen Staubsauger hat ja jeder zu Hause. Das ist natürlich ein Zubehörteil, was ich noch nie gesehen habe in der Art. Ja, ist also auch nicht schon dabei beim Staubsauger. Kann man nicht sagen, Sie haben das vielleicht. Nee, das hat man nicht vielleicht. Aber Sie haben es vielleicht bald, wenn Sie denn jetzt ans Telefon gehen. Auch hier in der Vase drin oder die Schubladen, die ihr angesprochen habt. Da sieht man das und vor allem wie gründlich das jetzt geht. Also muss sagen, begeistert mich jetzt auch Anni. Ja, super tolles Produkt. Rufen Sie ganz schnell ein und an unter der eingeblendeten Telefonnummer oder gehen Sie ins Internet unter pearl.tv und Anni darf passern. Und jetzt kommt ein rotes Paket. Rote Liebe. Oh, schwer. Dankeschön, Diana. Das sieht nachdem halt aus. Apropos Liebe. Das kann man auch jemandem schenken, den man gern mag oder liebt. Wie zum Beispiel beste Freundin, Mama, Schwester oder sich selbst. Weil das ist ein Duft, ein hochwertiger Duft von Sarah Lynn. Und da jetzt für 5 Euro, das ist natürlich ein Knaller. Oh, und wir hören gerade die Ausnahme. Sie dürfen hier bis zu 10 Mal bestellen von unserem hochwertigen Sarah Lynn. Damenduft namens Sport. Und da ist der Name Programm sportlich frisch. Ja, nicht zu viel, nicht zu aufdringlich. Wirklich eine ganz zarte, blumige Note. Gut, es ist ein richtig schöner Alltagsduft. Ja, und wir haben gleich 100 Milliliter und zwar in hoher Konzentration. Eau de Parfum. Das ist auch ganz wichtig. Und das jetzt für 5 Euro. Meine Herren, das ist natürlich auch mal eine Kleinigkeit, die man so verschenken kann an die lieben Damen. Weil das ist ein Duft, den, glaube ich, jede Dame liebt. Und wir haben übrigens gleich zwei Düfte. Das ist jetzt Sarah Lynn's Sport. Aber gleich kommt noch das Damenparfum Sarah Lynn Knight. Also das ist genauso beliebt. Und 100 Milliliter für 5 Euro. Christoph, du weißt es ja auch selber, was man in einer Parfümerie oder in einem Fachgeschäft für Parfums Geld ausgeben kann, oder? Das weiß ich ganz genau. Und Sie kriegen sowas jetzt für 5 Euro. Das ist natürlich eine super Chance. Bis zu 10 Stück dürfen Sie sich hier gerne einmal sichern, wenn es sowieso Ihr Lieblingsparfum aus ist. Sie haben den vielleicht schon zu Hause. Und es geht vielleicht jetzt bald mal alle. Dann gönnen Sie sich doch einfach mal 9. Den können Sie jetzt hier zum kleinen Preis sich einmal sichern. Und das, diesen schönen, frischen, blumigen Duft. Passt mal ein Kleid. Da ringt alle natürlich gleich an zu strahlen. Ja, das ist ein toller Duft. Ich kenne den von einer ganz bestimmten Designerin. Und da kostet er eben 60 Euro. Ja, wir schauen mal kurz auf pearl.de, was er dort kauft. Und da sehen wir schon günstig mit knapp 13 Euro. Aber jetzt natürlich unschlagbar 5 Euro. Und für mich jetzt ein absoluter Beweis, wie gut der Duft ist. Normal sagt man ja, ohne Parfum, ein Spritzer genügt. Und das hält lang an. Sie hätten jetzt, ich weiß nicht, ob Sie die ganze Zeit Anne beobachtet haben, die hat jetzt mindestens 10 oder 15 Mal auf sich gebrüht. So betörend ist der Duft. Nicht übertreiben. Man sagt auch bei Parfum, weniger ist mehr. Also einfach ein Spritzerchen reicht ja bei der Konzentration. Aber ich finde das klasse, dass wir so etwas Ihnen anbieten können für 5 Euro. Das Darmparfum Sarah Lenz Sport hat die Bestellnummer, die NX 8821 und die 569. Und wie erwartet ist die Nachfrage schon riesengroß. Schnell sein, bevor unser Konzigent ausverkauft ist. Bis zu 10 Mal dürfen Sie zugreifen. Die meisten holen sich übrigens zwei Flakons. So wird es auch bei diesem Parfum sein, das Night heißt. Ich liebe diesen Duft. Da ist der Name Programm. Das ist ein hochwertigeres Eau de Parfum. Und das ist wirklich etwas für die gestandene Frau, die weiß, was sie will. Es ist ein sehr, sehr verführerischer Duft. Auch etwas sexy, deswegen auch Neid. Und es hat etwas Orientalisches, etwas Mystisches und auch so ein bisschen etwas Verbotenes. Also wirklich ein ganz, ganz toller, sexy Damenduft. Geheimnisvoll, erotisch. Ganz egal wie, die Bestellnummer ist die gleiche. Und Sie werden und Ihre Frauen werden die Duft auch lieben. Die Bestellnummer für dieses zweite Parfum, Sarah Lynn Knight, ist die NX 8822 und die 569. Auch hier gilt die Begrenzung. Zehn Stück maximal pro Besteller. Aber da kann man natürlich wunderbar auch mal sich ein Geschenkchen sichern oder ein Reservegeschenk irgendwo hinlegen. Und jetzt streiten sich die Damen gerade, wer noch einen Spritzer abbekommt, weil der Duft so atemberaubend gut ist. Und du riechst wirklich hervorragend an. Ich kann dir das jetzt nochmal bestätigen. Mh, dieser leckere, ich sage jetzt extra mal leckere Duft, zieht bis zu mir herüber. Christoph, du genießt diesen Duft auch, oder? Ja, ein wunder, wunderbares Parfum, was Sie sich jetzt hier sichern können. Tolles Produkt. Wir machen aber ganz, ganz schnell mal weiter und holen uns das nächste Produkt. Was zuerst? Ja, Anne will, glaube ich, noch ein bisschen Neid haben. Das ist richtig so. Dankeschön. Danke, danke. Ich richte ihn lieber an Damen, Diana. Man darf die doch nicht mischen, Diana. Ich habe doch gerade Sport drauf. So, wir machen weiter. Parfum, übrigens die Nachfrage, riesengroß. Denken Sie dran, hier das Kontingent ist begrenzt. Jetzt haben wir, oh, das gefällt jedem. Und zwar ist das ein 6-in-1-Bit-Schraubendreher mit Wechselstrommel. Das heißt, du hast hier 6 Bits in der, das ist so ein Magazin wie bei einem Colt. Und kannst jederzeit, ohne dass du irgendwas groß machen musst, einfach durch so eine Handbewegung das Bit wechseln. Und hast dann immer genau das Richtige, was du passend zu der Schraube, die du gerade schrauben möchtest. So, und Anne, du bist ja gerade erst umgezogen. Wie viele Möbel müsst ihr wieder zusammenschrauben? Och, wir sind immer noch am Schrauben und Basteln. Und das Schlimme ist ja, man sucht ja immer die Bits. Die hat man meistens in irgendeinem kleinen Kästchen und dann fallen die raus und runter. Und dann ist man wieder am Suchen. Dann kommt Oskar, mein Hund, und frisst die Schrauben. Und das ist nämlich wie so ein Staubsauger. Und hier habe ich alles schön passend parat. Ja, hier kann nichts verloren gehen. Man hat alles dabei und man sucht sie sich einfach zurecht. Man kann die Trommel übrigens auch rausnehmen und sich dann andere Bits mit reinmachen. Torx oder Pozzi Drive, ne, gibt es ja verschiedene. Genau. Nimmt man einfach hier raus und hat dann sofort die Bits passend parat. Jetzt müssen wir sagen, 6 Bits sind schon im Lieferumfang enthalten. Und zwar die gängigsten 3 Schlitzschrauben, die gängigsten 3 Kreuzschlitzschrauben. Aber du hast natürlich recht, kann man jederzeit auswechseln, falls man eben mal andere Bits braucht. Aber diese Technologie, dass man hier jederzeit mit einer, ich sage jetzt mal, das ist wie so ein Repetiergewehr. Ja, oder Winchester hieß das, glaube ich, wo man so nachgeladen hat. Also tolle Technik und alles immer griffbereit. Man muss nicht suchen. Und einen schönen Hebel hast du auch zum Schrauben, weil da ist ja eine schöne Länge dabei. Und vor allem, es liegt natürlich auch perfekt in der Hand, das muss man ja mal dazu sagen. Gerade wenn man mal so eine Schraube reindrehen will oder so, da muss das auch gut in der Hand liegen. Und hier wechseln Sie ganz einfach mal von einem Aufsatz auf den anderen. Und das ist wichtig, es gibt so viele verschiedene Bits und meistens an einem Möbelstück brauchen Sie nicht immer nur einen Bit. Da braucht man vielleicht zwei oder drei, die dann einfach hier schon hineingetan. Vielleicht sind sie sogar auch schon drin. Sechste sind ja automatisch mit dabei. Schöner Preis, kleines Geld, exklusiv für Sie. So, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, die NX5837 und die 569 für diesen Universalschrauber, so möchte ich ihn nennen. Aber ich finde schon diese Technologie hier so faszinierend, dass du sechs Bits immer griffbereit hast und einfach nur die Trommel drehen musst, wenn du eben den Bit wechseln willst. Also sollte auch in jedem Haushalt sein, weil ich glaube, so eine Kleinigkeit zu reparieren oder zu schrauben, die gibt es überall in wirklich jedem Haushalt. Also auch hier, schnell sein, Werkzeug ist auch immer stark nachgefragt in unseren 5 Euro Überraschungsshows. So, weiter geht's, wer buzzert? Ich. Okay. Ein. Christopher Schneller. Preis-Alarm. Das heißt, jetzt kommt wieder ein Produkt, was normalerweise nicht hier in unserer 5 Euro Überraschungsshow gehört. Und da müssen wir eine Begrenzung aussprechen. Nur einmal pro Tag, einmal pro Besteller. Ist das ein Mixer? Das ist ein Mixer plus Mixbecher schon zusammen. Also das ist ganz, ganz toll. Also es ist ein elektrischer Mini-Handmixer mit Mixbecheraufsatz, leiser Motor, 30 Watt stark und damit kann man Drinks mixen, aber auch Smoothies. Man kann Soßen, Dips oder Fruchtshakes oder Cocktails damit mixen. Da sehen wir mal, wie schön das geht. Also ich glaube, mindestens für so einen Mixer hätte ich jetzt so 15 bis 19,90 Euro, hätte ich jetzt vermutet, aber auf gar keinen Fall 5 Euro. Sie denken bitte zu Hause dran, das ist unser Preis-Alarm, das heißt maximal ein Stück pro Besteller. Aber zu kochen braucht man sowas doch immer mal. Oder zum Whisky-Mixen, ne? Ja, zum Beispiel, das geht auf jeden Fall. Sag mal den Zungenbrecher. Der Whisky-Mixer mixt frischen Whisky, frischen Whisky, mixt der Whisky-Mixer. Nein, das mit dem Fisch, das ist Fischers Fritz, fischt frische Fische. Der Whisky-Mixer mixt Whisky in der Whisky-Bahn. Ah, okay, dann war es so rum. Aber es hat ja trotzdem gut geklappt. Das mit Fisch war der Fisch, ja. Okay, aber ganz egal, welche Reim. Der Whisky-Mixer mischt frischen Fisch, was? Nein. Wir erklären es dir später, Anne-Kathrin. Oh, Sie sehen, hier ist wieder toll was los. Machst du gerne Dips oder Soßen? Am liebsten mag ich Avocado-Dip und Whisky-Dip und natürlich auch so Honig-Senf, das ist auch ganz lecker. Oder mit Meerrettich und roter Beete, mag ich auch sehr, sehr gerne. Und da brauchst du eben einen guten, hochwertigen Mixer oder eben auch mal für so frische Soßen, eine Tomaten-Soße selbst gemacht oder so eine schöne Käse-Sahne-Soße. Man muss ja nicht in dem Mixer mixen. Man kann ja auch im Topf mixen. Ganz genau. Oder vielleicht haben Sie auch Lust, so ganz frische Eiweiß-Shakes mal zu machen, wenn Sie vielleicht auch im Fitnessstudio sind oder vielleicht zu Hause ein bisschen trainieren. Oder Sie machen vielleicht, was guckst du mich so an? Ich stelle mir gerade vor, wie Christoph im Fitnessstudio plötzlich sehe ich früher schon auspackt und nix. Ja, aber nein, das kannst du ja zu Hause vormixen. Das meine ich ja, wenn du das zu Hause machst. Entschuldigung, wir haben es ja auch immer wieder in der Steckdose. Spasslos, oder? Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NX 93 38 und die 569. Also hier haben wir eine unvermündliche Preisekette von Nörderkirchen. Die sind eh preisgünstige bei knapp 17 Euro, jetzt 5 Euro. Aber was mir hier wirklich toll gefällt, ist auch die schlanke Bauweise. Normalerweise hast du Mixer, diesen riesengroßen, du weißt nie, wo du die unterbringen sollst. Das passt in meiner Meinung nach auch noch in die Geschirrschule an. Die zwei sind immer noch im Fitnessstudio und mixen ihre Eiweißshakes. Ein bisschen mehr Portenance, meine Damen und Herren. Auf geht's, weiter geht's. Sie sind hoffentlich schon am Telefon bei Ihrem Röderingsmodus. So, was haben wir jetzt? Kerzen. Zwei Stück. Das ist schön. Jetzt machen wir mal ganz kurz, Anne, wir machen mal kurz Atemübungen. Einmal tief einatmen, einmal tief ausatmen. Und dann schauen wir uns an, was wir hier haben. Zwei LED-Startkerzen inklusive der silbernen Kerzenständer. Und das ist natürlich ein Highlight auf jeder Tafel. Candlelight-Dinner. Da kannst du doch jetzt einen Candlelight-Dinner mit Christoph gemeinsam machen, oder? Müsst du nur mal einschalten. Dann mixen wir uns schon über einen Cocktail und einen Eiweißschake. Und dann macht man uns einen Candlelight-Dinner. Ja, ich finde das schön, dass sie so täuschend echt sind. Also ich bin ein Fan von diesen Kerzen, weil sie täuschend echt sind, aber absolut sicher. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Keine Brandgefahr. Nichts, keine Wachsflecken auf der Tischdecke. Und trotzdem sehen die unglaublich stilvoll aus, finde ich. Vor allem der Kerzenständer ist ja schon mit dabei. Und man kann da natürlich auch eine echte Kerze reinpacken. Das ist Ihnen überlassen. Schauen Sie mal, Sie bekommen zwei Kerzen. Täuschend echt. Und dann noch mit den Kerzenständern. Also das ist wunderbar. Und vor allem die flackern wirklich wie echte Kerzen. Ja, die sehen richtig hochwertig aus. Bis zu fünfmal dürfen Sie auch hier gerne wieder zugreifen. Vielleicht um sich mal schön an der Badewanne zu machen. Oder eben vielleicht auch auf dem Couchtisch oder auf dem Esszimmertisch. Vielleicht, wenn man auch da mal irgendwann mal wieder größere Feierlichkeiten gibt. Dann muss man eben keine echten Kerzen mehr hinstellen. Weil da mal ein Wachsflecken aus einer guten, hochwertigen Tischdecke rauszukriegen, das ist gar nicht mehr so einfach. Hier haben Sie keine Wachsflecken, weil das Ganze sind ja LED-Stabkerzen. Aber mit einem klassischen silbernen Kerzenständer. Und den können Sie natürlich auch nicht nur für diese Stab-LED-Kerzen benutzen, sondern auch für klassische Kerzen. Und ich fände jetzt für eine so Kerze fünf Euro schon klasse. Ja, jetzt haben wir zwei. Das ist ein Zweierset. Ganz wichtig nochmal, Zweierset dieser Startkerzen inklusive zwei Kerzenständer für fünf Euro. Das ist wirklich ein Highlight. Darf man auch gerne mal in Krankenhäuser oder in Pflegeheime mitnehmen, wo ja in den meisten Fällen offenes Licht, also echte Kerzen verboten sind. Dass man da auch so ein bisschen Kerzenlicht-Atmosphäre hat. Ja, deswegen ganz schnell für Sie die Bestellnummer NX8136 und die 569 ist hier die Bestellnummer für Sie. Gehen Sie ganz schnell zum Telefonhörer und sichern Sie sich diese Chance. Ganz schnell anzurufen. Wir hören auch gerade jetzt schon wieder, ist die Nachfrage sehr, sehr groß nach unserer Damenparfum Neid. Denn auch das scheinen viele haben zu wollen. Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern. Bis zu zehn Stück dürfen Sie sich auch hier sehr, sehr gerne wieder sichern. Und vergessen Sie natürlich nicht unseren Preisalarm, unseren Handstab-Mixer. Den können Sie sich auch gerne sichern. Egal, was Sie mixen wollen oder egal, wo Sie mixen wollen. Hör auf, ich habe mich hart wieder gefangen. Sie haben Ihren Mixer dann immer und überall dabei. Und wir machen weiter. Komm, drück den Buzzer. Also die Kerzen gefallen mir auch besonders gut, weil du so im Handumdrehen im Prinzip einen Hauch von Romantik durch den Kerzenschein hier verbreiten kannst. Jetzt geht es weiter. Ein bisschen größerer Karton. Ich bin gespannt. Dankeschön. Wir haben... Jetzt wird geputzt. Das kommt ja jetzt genau richtig zum Frühjahrsputz. Steckt man einfach auf den Gartenschlauch auf und dann kommt hier nicht nur Wasser raus, sondern man kann das auch gleichzeitig noch bürsten. Das kennt man ja, kennt ihr das von Waschanlagen, wenn man so selber putzt. Da ist ja das gleiche System, aber das ist hier für die Gartenmöbel gedacht. Richtig. Oder Fahrrad oder ähnliches. Kann ich mir toll vorstellen. Also du hast absolut recht. 2 in 1 Handwaschbürste mit Sprühfunktion. Und du kannst hier das ganz einfach an den Gartenschlauch, handelsüblichen Gartenschlauch, anklicken. Und oben kannst du sogar den Durchfluss des Wassers schwach bis stark regeln. Direkt, ja. Und hast vorne nochmal eine Düse, wo du sogar direkt Wasser sprühen kannst. Also das ist klasse. Natürlich Gartenmöbel, Fahrräder, Außentreppen, jetzt vielleicht auch mal die Blumenkübel, die über den Winter oder Erbst gelitten haben. Man hat ja oft mal so Terracotta-Kübel, die dann ja auch nicht mehr so ganz schön aussehen. Das ist damit auch perfekt zu reinigen. Ja, super praktisch. Und das können Sie jetzt wieder für 5 Euro haben. Und Sie sehen es ja, Sie arbeiten hier richtig effektiv. Entweder mit der Bürste oder oben mit einem sehr, sehr starken Wasserstrahl. Den können Sie dann flexibel hier auch nochmal mit einstellen. Wird einfach nur auf einem handelsüblichen Gartenschlauch einmal fixiert und dann geht es sofort los. Und sowas für 5 Euro ist schon wieder genial. Gerade wenn Sie jetzt Lust haben, Ihre Gartenmöbel langsam wieder rauszuholen und die vielleicht so eine richtig fette Staubbeschichtung haben. Oder eben vielleicht auch so eine richtige Grünlagerung, so eine Grünwachsung. Grünspan, ne? Grünspan sagt man, glaube ich, dazu. Dann einfach hier richtig effektiv mit dieser Bürste reinigen, entweder mit dem Wasserstrahl oder mit der Bürste. Da haben Sie alles super schnell reinigen. Also auch schön wirklich für Gartenmöbel. Alles, was man eben sauber machen möchte, wo man normalerweise sehr viel Kraft aufwenden muss, um eben Verschmutzungen, Grünspan wegzubekommen oder aber auch mal Felgen zum Beispiel, ne? Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, also Sie sehen, vielfältig einsetzbar, wo auch immer Sie zu viel Schmutz haben, auf einfachste Art und Weise ist es dann sauber. Also werden Sie zum Putzteufel und das ohne große Anstrengung. Und Sie bekommen diese 2 in 1 Handwaschbürste mit der Bestellnummer NX 3181 und der 569. Und ja, kommt dann natürlich für Sie als Helferlein. Und ihr habt recht, Frühjahrsputz, also bei uns auf der Terrasse, habt ihr ja schon mal gesehen, kommt immer im Sommer, Frühjahr, Sommer, kommt eine Tischtennisplatte hin. Und das stand jetzt den ganzen Winter eingemotert. Und zu Ostern haben wir uns festgenommen, die rauszustellen. Die musst du aber auch erstmal reinigen. Und wenn du nur so einen Schwamm und einen Eimer hast, ist das eine unglaubliche Arbeit. Ganz schwer, ja. Hiermit ist das auch wesentlich einfacher getätigt. Ganz schnell wieder 5 Euro rufen Sie gerne an unter der eingeblendeten Telefonnummer oder sichern Sie sich alle Produkte auch nochmal im Internet unter pearl.tv. Machen ganz schnell weiter. Passwort wird gedrückt. Diana startet in die nächste Runde. Und wir lassen uns noch einmal mit Ihnen gemeinsam überraschen, was denn jetzt hier noch Schönes heute kommt. Ah, ich weiß, was es ist. Weißt du auch, was es ist? Werkzeug. Richtig. Schau mal. Es ist unser Teleskop-Werkzeug-Set mit Spiegel, Magnetheber und LED-Leuchte. Dreiteilig erreichen Sie mühelos schwer zugängliche Stellen. Wissen Sie, warum wir gerade lachen? Diana ist gerade gestolpert und hat sich einen Absatz abgebrochen. Sowas ist übrigens sehr beliebt bei Mechanikern, die mit Motoren arbeiten. Gerade dieser Spiegel. Diana, hör auf. Spenden, Schuhspenden bitte an redaktion.pearl.tv-Diana Naboskaya. So, jetzt kommen wir aber zu dem Produkt. Und ich weiß, bei Mechanikern oder bei Kfz-Mechanikern ist das sehr beliebt, weil man auch an den Unterboden schauen kann, ohne sich groß zu verrenken. Und auch im Motorraum mal hinter den Motor schauen. Da guckt man oftmals, ob irgendwo Öl oder Flüssigkeiten entweichen. Das zweite ist eine Lampe. Und das dritte ist ein Magnet. Und das ist natürlich auch schön, wenn da mal irgendwas irgendwo hingefallen ist, ein Schlüssel in einen Guni zum Beispiel, dann kannst du den mit dem Magnet problemlos rausholen. Ich finde das auch praktisch. Ich würde es gar nicht nur in der Werkstatt sehen, sondern einfach auch zu Hause. Es gibt ja ganz oft so Situationen, es fällt dir mal was unter die Couch oder unter das Sofa. Und da kommst du jetzt so einfach gar nicht hin. Nimmst du das Werkzeug mit Magnet, ziehst es wieder raus, guckst vielleicht erst mal mit dem Spiegel, wo liegt es jetzt genau. Und sie kriegen ja hier das komplette Dreier-Set. Das ist ein Teleskop-Werkzeug-Set mit Spiegel, Magnetheber und sogar noch der LED-Leuchte. Und das für 5 Euro. Genial. Das Schöne ist, sie können das natürlich auch noch mal rein- und rausziehen. Das heißt, auf die entsprechende Größe anpassen, auf die sie es natürlich auch brauchen. Und es liegt ganz sicher in ihrer Hand. Und das könnt ihr, glaube ich, bestätigen. Dank gummiertem Griff ist es abrutschsicher. Hat auch hier diesen kleinen Clip. Kann man sich zum Beispiel auch an die Brusttasche stecken. Also man hat es immer dabei. Ist ja wirklich nicht größer jetzt hier als irgendwie ein Zöllstock oder so. Kann man immer gut gebrauchen, wenn Sachen hinter das Sofa gefallen sind, hinter den Schrank. Oder wenn man vielleicht irgendwie denkt, Mensch, habe ich da nicht meinen Schlüssel verloren oder ähnliches. Das ist sehr, sehr nützlich. Und sie bekommen das Dreier-Set für 5 Euro. Nicht eines der drei, sondern drei Stück für 5 Euro. Es ist unser Teleskop-Werkzeug-Set mit Spiegel, Magnetheber und LED-Leuchte. Mit der Bestellnummer NX 82 29 und der 569. NX 82 29 und der 569. Das große Schweigen. Ich kann euch sagen, ich wollte jetzt eigentlich, ich wollte nur schauen, ob Diana jetzt mit oder ohne Schuhe zum nächsten Produkt dasteht. Und ob sie es repariert bekommen hat. Aber Sie lassen sich bitte nicht ablenken durch die Schuhe von Diana, sondern bestellen Sie gleich dieses wunderbare Werkzeug. Komm, Herr Bassert, ich bin gespannt. Komm, Anni zusammen. Jetzt sehe ich es. Sie werden es auch gleich sehen. Also die Schuhe scheinen einen größeren Schaden genommen zu haben. Aber es sieht auch so schön aus, Diana. So, wir machen weiter mit. Das ist auch schön. Das habe ich letztes Jahr verschenkt. Ja, das ist total süß. Das ist Osterdeko. Aber ganz viele verschiedene Ostereier. Erstmal sehen die super niedlich aus. Ganz viele verschiedene Farben und alles in diesen dezenten Tönen gehalten. Ja, man hat hier kleine Ostereier in Grau und in Braun. Dann hat man Eier, die wie ein kleines Häuschen gemacht sind. Dann haben wir hier, ist das ein Hahn oder eine Henne? Hahn. Mit Kamm ist Hahn. Das ist ein Küken? Achso. Ganz egal, wie du es interpretierst. Es ist hier auf jeden Fall komplett ein 13-teiliges Osterdeko-Set zum Aufhängen. Und das Ganze ist in einer tollen Aufbewahrungsbox, die übrigens auch noch aus Holz ist. Also hier keine Pappe, das ist Holz. Und das ist natürlich auch nochmal etwas, weil du willst es ja nach Ostern wieder einpacken, um für nächstes Jahr wieder das Gleiche zu haben. Und deshalb ist das natürlich auch eine stabile Aufbewahrung. Genau, die können nicht kaputt gehen, die Eierchen. Ralf, steht denn in deiner Beschreibung, ob das ein Küken oder ein Hahn ist? Ich kann dir sagen, was hier steht. Warte mal, 13 Teile. Das sind 8 mattgefärbte Deko-Ostereier mit Muster. Je 4 braun-weiß und 4 grau. Und 3 braungefärbte Deko-Eier-Häuschen. Je mit Dach und Standfuß. Und dann haben wir hier auch noch eine kleine Henne mit dabei. Sag ich doch. Du hast Hahn gesagt. Du hast Küken gesagt. Ich habe gefragt, ist das ein Hahn oder eine Henne? Da kam keine Antwort. Die Antwort war, das ist ein Küken. Egal was, es ist wunderschön, das muss ich sagen. Es ist wunderschön. Jetzt an so einem kleinen Osterstrauß das anzubringen. Ich finde das schön. Anne, wirst du Ostern auch ein bisschen dekorieren oder machst du das nur Weihnachten? Ja klar, auf jeden Fall. Jetzt in meiner neuen Wohnung, da wird dekoriert, was das Zeug hält. Und meine Wohnung ist auch grau-braun eingerichtet. Und da passt das wunderbar. Ja, und das ist ja komplett das Set mit diesem kleinen Kast. Man kann es schön verschenken. Man kann dekorieren. Es ist einfach nur schön. Ja, es ist richtig schön. Dann fangen auch Sie an, jetzt sich langsam auf die Oster-Dekorationen vorzubereiten. Ostern steht weit bevor. Und wir bieten jetzt solchen Produkte, wo Sie woanders wahrscheinlich viel mehr Geld zahlen werden, für unglaubliche 5 Euro an. 13-teilig und das immer jedes Jahr wieder zu verwenden. Das ist klar, weil es hochwertige Materialien sind. Die Bestellnummer ist die NX7915. Und die 569, und Sie gehen jetzt bitte ans Telefon, weil das war sie schon wieder. Unsere 5-Euro-Überraschung-Show mit dem kaputten Schuh. Und bleiben Sie bei uns, es geht spannend weiter. Bis dann.